Jetzt kletter rauf! Uah! So, den müssen wir mal kurz entsorgen. Nicht, dass die anderen sich dann Sorgen machen. Wo ist denn der? Hopp! Und hier ist ne Liste. Durchsuchungsprozedur. Erstens. Verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Zweitens. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Drittens. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreife Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Fünftens. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung! Jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Nette Durchsage. Eine Schicht zu verlangen. Das ist ein schicht. Ihr solltet schon hingehen, ihr Flaumen. Geht nicht da hin. Was seid ihr denn für Idioten? Geht nicht da hin. Ja, dann kommt doch. Bleiben immer noch hier stehen, wie bekloppt. Ich finde niemanden. Du könntest recht haben. Wir sollten kein Risiko eingehen. Jetzt mal voll verhakt. Daaah. Verdammt. So, den haben wir schon mal. Hat der irgendwas? Nein. Der hat nichts gemerkt. Der geht wieder seine Assi-Runden hier. Ach, der hat jetzt endlich mal was gemerkt. Schmeiß ich gleich in den Ofen. Und weg ist der Letzte. So, der hat nichts. Der hat auch nichts. Oh, Mann. Was ist mit den Altenküchen passiert? Was? Wer hat denn da jetzt gesprochen? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja. Ring. Was haben wir hier? Eine Chirurgenschere. Hm. Ach, hier ist die Leiche, die eben... Das Leder ist nicht geschmeidig. Ich hab deinen Wund. Stiehl den Ring vom General. Da muss ich wahrscheinlich zum General... Huch. Also gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Um einfach mal herauszufinden, was hier drin ist. Wo? Wo? Herr General! Wo seid ihr? Wo bin ich? Hm. Inventar ist voll. Irgendwas zum Lesen. Den kriegen wir gleich auf. Irgendwas, was ich vergessen hab. Außer das natürlich... Hier ist noch eine Tür. Und ganz... Viel Zettel, wollte ich sagen. Aber nein. Hm. Wie geht das... Ding überhaupt auf? Wollte ich gerade sagen. So, drehen und wechseln. Zack, zack, zwusch. Geht doch. Ich hab jetzt eigentlich nur auf den... Ich hab jetzt eigentlich nur auf den Kreis in der Mitte geachtet. Oh. Was haben wir da? Cornelius. Oh. Oh. Öffnet die verdammte Tür. Nö. Und rechts hier auf, wenn es ein muss. Die. Ich hab den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Oh ja. Das ist wohl sowas von richtig. Jetzt hat der auch noch Zeit hier das Schloss... Äh. Huah. Zu knacken. Nein, schon wieder. Mann. Na, jetzt denke ich, hinter mir könnte die ganze Zeit was passieren. Und jetzt muss ich schnell, schnell, schnell. Ist doch totaler Quatsch. So. Vor mir passiert höchstens irgendwas. Ah. Ich könnte schwören, ich hab den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ja, dann. Ach. Ich geh rein. Du schuldest mir was, Feigling. Warum schlägt niemand an der Arm hier eben? Wuh? Ich glaub nicht. Und weg mit dir. Ah. Ich bin Hammer. Dann schlag ich die Scheiß für sein Steil. Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden. Gut, er will die Tür einschlagen dann. Ich kriege ihn, bevor er mich kriegt. Hä? Ich bin nicht so leicht zu besiegen. Nee, sogar leichter. Pass mal auf. Ha, 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 ha. Auch wenn ihr alle die gleiche selbe Stimme habt, ist mir das egal. Ist hier irgendwas? Kann ich hier nix mitnehmen? Was ist denn Ding? Oh. Was ist das? Wo sind hier die Leutchen? Höher. Überall Ratten. Ach, da ist noch einer. Höher. Pack weg. Du sollst nur ausrüsten schon mal. Einer meiner Zähne wackelt. Dich krieg ich jetzt. Der andere, na, der tut mal so, als wenn er nix sieht. Na, kommst du? Ja, er kommt. Wenn ich ihn nicht finde, bin ich vielleicht der Nächste. Bist du auch. Du bedeutest Ärger, das ist alles. Du forderst dein Glück bei den Wachen heraus, richtig? Dich. Hehehe. Hehehe. irgendwas? Nö. Also wie ich auch mein Auge benutze, es zeigt mir nicht wirklich, äh... Ja, los jetzt. Viel an, was Beute betrifft. Schade eigentlich. Hm. Da ist noch was. Ach, komisch. Das hat er wieder automatisch gemacht. Das ist ja seltsam. Und, komm, auf in die Freiheit. Oh. Das musste ja jetzt nicht sein, oder? Was ist? Siehste, da war nix. Alles gut. Ich bin getroffen. Ich werde angegriffen. Ich halte dir den Rücken frei. Komm schon. Na? Ah, verdammt. Wenn ich dich finde, stirbt du. Verdammt. Verdammt. Ich brauche Verstärkung. Jemand kann kommen. Ganz ruhig. Wir sind... Du entkommst nicht. Hä? Und? Ich werde das hier genießen. Ja, komm. Ah! Oh, ich hab mich aber voll erwischt, die Sau. Was? Ach, der ist schon hin? Na? So. Dann haben wir die beiden auch. Ich glaub, wir nehmen jetzt mal ein bisschen was zu futtern. Wo sind das? Ach, hier. Ähm, ähm... Ah. Lecker. Können wir die auch direkt mitnehmen. Hier ist wieder ein Wandschrank. Die sind auch über all die Dinger. Oh, hier war noch irgendwo einer gerade. Da. Ah, so ein blöder Hundi hier wieder. Oh, verdammt. Ah. Oh, drei. Uiuiui. Schnell weg. Was? Doch nicht auf den Schrank. Mach deinen... Mach deinen Sensor aus, klar. Mach dein Auge aus. Ei. So, ach. Na, warte. Du bist der Erste. Den ich hier... Fällig mache. So, die anderen beiden stehen schon an. So, der nächste, bitte. Der guckt seinen Kollegen erstmal beim... beim, äh, K.O. gehen zu. So, Nummer zwei. Wo ist drei? Der war doch eben auch noch hier. So. Und wieder ein paar Leute, die die Schwermhute haben. Ha. Blöder Hund. Ach, halt die Backen. Ach, du warst der letzte rote Pfeil. Hier. Noch so ein blöder Hund. Mensch. Also, Hunde sind ja echt meine Lieblingstiere, ne? Aber wenn die mich hier, äh, verpfeifen, geht ja mal gar nicht. Außerdem hab ich immer noch das Gefühl, ich vergesse immer irgendwas. Was ist denn das? Nein. Da. Erstickungsgedöns. Ah, ich hätte auch hier die ganzen Dinger mal kaputt machen können. Äh, ich meine das Feuer ausmachen. So. Die ganzen Dinger kaputt. Schmal ist kaputt hier. Ich bin die Wandelabrissbirne. Dabei dachte ich, ich bin eigentlich ein Dieb. So, wir machen jetzt einfach mal die Tür zu. Damit keiner denkt. Wir sind hier gewesen. Ich frage mich, wo bin ich jetzt eigentlich gerade überhaupt? Hm. Hoffentlich findet mich nicht gleich noch der General. Das wäre jetzt nämlich überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht. So, kommen wir da raus? Ne, da sind wir gerade lang gekommen, oder? Dann einmal unten durch. Hier ist auch wieder nix. Das kann ich ja fast nicht glauben. Das ist doch zu offensichtlich hier. Das irgendwas sein muss. Wow, wow, wow. Oh, abgeschlossen. Staub zu Staub. Wir sind voll der Jäger. Was? Gefundene Sammlerstücke? Nur eins von fünf? Was? Boah. Zehn K.O. Schläge im Kampf. Haben wir gemacht. Das ist erledigt. 150. Ja, gut. Aber das ist doch... Ey, was ist los? Ja, gut. Wir haben diesen einen Raum nicht betreten. Ich weiß auch gar nicht, wie hätten wir den denn aufknacken sollen. Hm. Naja. Gut. Liebes Let's Play Universum. Damit beendet... Äh, beendet. Klar, beende ich erstmal meine Aufnahme. Ich sage schonmal erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Und klar, wir haben jetzt den Ring für unseren Auftraggeber, dessen Namen ich schon leider wieder vergessen habe. Aber wir kommen nächstes Mal wieder rein. Ha. So, vielleicht finden wir bald heraus, was wirklich in diesem ganzen Jahr... Leute, wir waren ein Jahr nicht da. Und auf einmal war die Schwermut da und wir sind auch wieder da gewesen. Und mein Gott, bisschen viel Input. Aber was soll's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch im nächsten Let's Play wieder begrüßen zu bedürfen, wenn es heißt Thief. Und liebe Leute, nicht vergessen, I came to play. Bis dann.